Wie man Objekte in Blender bewegt, habe ich Ihnen im ersten Kapitel schon nebenbei kurz gezeigt. Ich möchte das jetzt aber nochmal ausführlicher tun. Also das einfachste und naheliegendste sicherlich ist, dass man einmal diese Achsen anfasst mit der linken Maustaste und daran zieht. Also zum Beispiel mit der linken Maustaste hier auf diesen grünen Pfeil klicken und daran ziehen. Und Sie sehen, wie jetzt dieser Würfel wie auf einer Schiene, auf einer grünen Schiene hier von links nach rechts sich bewegt. Und natürlich kann ich auch an dem roten Pfeil anfassen und dann entlang dieser roten Achse, und das ist die X-Achse, schieben oder auch an dem blauen Pfeil natürlich. Und dann gibt es hier an diesem sogenannten Manipulation Widget, also ein kleines Hilfstool, mit dem man Dinge manipulieren kann. Dann gibt es auch diesen weißen Kreis. Und wenn man an diesem weißen Kreis anfasst, dann kann ich diesen Würfel jetzt bewegen und zwar nicht nur entlang einer bestimmten Achse, sondern parallel zu meiner Bildschirmansicht. Also parallel zu meiner Bildschirmansicht heißt, entlang dieser Achse und der, aber halt ausgerichtet entlang meiner Blickrichtung. Also so. Und Sie sehen auch, wie hier unten im Header, also jetzt gerade sehen Sie es nicht, aber gleich sehen Sie es wieder, während der Transformation eines Objektes wird hier im Header angezeigt, um wie viele Blendereinheiten und entlang welcher Achse ein Objekt sich bewegt. Also wenn ich jetzt mal nur entlang der Y-Achse mich bewege, dann wird hier angezeigt, ein Wert, nämlich zum Beispiel hier jetzt 3,2 Blendereinheiten, wurde dieser Würfel jetzt bewegt. Wenn ich an diesem weißen Kreis anfasse, dann bewege ich mich jetzt entlang von drei Achsen, nämlich X, Y und Z. So dieses Widget, das kann man auch umstellen vom Bewegungsmodus, also das Menü finden Sie hier im Header. Das ist dieses Widget. Das können Sie umstellen von Transformation, beziehungsweise von Translation, Translate, zu Rotate, also in den Rotationsmodus. Und auch hier haben Sie jetzt wieder diese drei Achsen. Die rote Achse ist immer die X-Achse, das grüne ist immer die Y-Achse und das blaue ist immer die Z-Achse. Diese Farben finden Sie auch wieder hier unten, wo auch angezeigt wird, um welche Achse es sich handelt, also X, Y und Z. Und mit der Zeit hat man auch raus, welche Farbe für welche Achse steht. So und das kann man natürlich nicht nur mit diesem Würfel machen, sondern auch mit der Lampe oder mit der Kamera. Also wenn ich nochmal in den Bewegungsmodus gehe und die Kamera auswähle, indem ich mit der rechten Maustaste hier draufklicke, dann kann ich hier auch jetzt die Kamera im Raum verschieben. Und das gleiche natürlich auch mit der Lampe. Und wenn man jetzt wissen will, wie genau dieser Körper jetzt rotiert ist und wie er im Raum liegt, dann kann man sich dessen Eigenschaften anzeigen lassen mit dem Properties Panel. Das finden Sie hier. Also wenn Sie auf dieses Pluszeichen klicken, dann öffnet sich dieses Properties Panel. Und hier sehen Sie jetzt, wenn Sie nach oben scrollen, die Transformationseigenschaften, nämlich Location, Rotation und Scale. Also Position, Rotation und Skalierung. Und wir sehen hier, dass dieser Würfel sich jetzt auf 2,3 Blendereinheiten entlang der x-Achse befindet. Und wenn ich mich jetzt mal hier drehe, dann sieht man auch hier 2,3 Blendereinheiten. Also jedes von diesen Würfelchen hier, von diesen Quadraten, das ist eine Blendereinheit. Also 2,3, 0,14 und 2,7. Das sind jetzt die Koordinaten von diesem Würfel. Und wir haben hier auch eine Rotation angegeben in Gradzahlen. Und wenn ich das auf 0 zurücksetze, indem ich hier reinklicke und jetzt einfach 0 schreibe und kann jetzt mit der Tabulator-Taste in das nächste Feld wechseln. Also 0,0,0. Das ist jede Achse wieder auf 0 Grad Rotation gesetzt. Und damit ist der Würfel jetzt wieder gerade im Raum. Jetzt kann ich, wenn ich diesen Würfel skalieren will, dann kann ich das tun, indem ich entweder das Widget benutze, also hier unten, und kann jetzt zum Beispiel entlang der y-Achse skalieren. Ganz so wie beim Rotieren und beim Bewegen oder entlang der z-Achse. Oder kann das natürlich auch hier tun. Also scale x tut genau das gleiche, als wenn ich hier an der x-Achse anfassen würde und hier diesen Würfel entlang der x-Achse zu skalieren. Auch hier gibt es diesen weißen Kreis und wenn ich diesen weißen Kreis anfasse und bewege, dann skaliere ich entlang aller Achsen und zwar gleichmäßig. Und wenn ich nochmal die Skalierung zurücksetze auf den Wert 1, also 1, 1, 1 für jede Achse und nochmal diesen weißen Kreis anfasse und hier ziehe, dann sieht man jetzt hier links unten, wie sich der Würfel gleichmäßig entlang jeder Achse in der Größe verändert. Sie sehen also, wie man die Transformation an einer Achse nur ausführen kann oder an allen Achsen. Doch was setzt zum Beispiel, wenn Sie ein Objekt nur entlang von zwei Achsen bewegen möchten? Und das kommt häufig vor zum Beispiel, wenn man ein Objekt auf dem Fußboden verschieben will. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dieses Grid, also das Grundraster, also die Nullebene von x- und y-Achse, der Fußboden, wenn wir jetzt diesen Würfel auf diesem Fußboden bewegen möchte, dann kann man das natürlich entweder tun, indem man an diesem Widget anfasst und erstmal an einer y-Achse zieht, anschließend entlang der x-Achse und so kann man dieses Objekt auf dem Fußboden bewegen. Wenn man das aber gleichzeitig machen will, in einem Schritt, dann kann man das tun, indem man dieses Objekt nur entlang der x- und y-Achse bewegt und zwar indem man die z-Achse ausschließt. Und dieses Ausschließen kann man tun, indem man die Shift, also die Umschalttaste gedrückt hält und wenn ich jetzt auf die z-Achse klicke und die Maus gedrückt halte, dann bewege ich den Würfel jetzt auf dem Fußboden. Und hier drüben können Sie auch schön sehen, wie sich jetzt die z-Achse nicht mehr verändert. Also die Transformation passiert jetzt nur auf dem Fußboden gewissermaßen. Und das kann man natürlich mit jeder Achse machen. Also wenn man zum Beispiel ein Bild an einer Wand verschieben will, dann möchte man zum Beispiel jetzt die y-Achse von der Transformation ausschließen, um es jetzt nur an der z- und x-Achse auszurichten und kann also jetzt die Umschalttaste nochmal gedrückt halten und jetzt hier an dieser grünen y-Achse anfasse mit der linken Maustaste und bewege jetzt also diesen Würfel nur entlang der z- und der x-Achse, also gewissermaßen an der Wand entlang. Und das kann ich nicht nur tun mit der Bewegung, sondern auch mit der Skalierung. Also wenn ich jetzt nochmal die Umschalttaste gedrückt halte, die blaue Achse, also die z-Achse anfasse, dann ändere ich die Breite von dem Objekt, aber nicht die Höhe. Oder zum Beispiel die y-Achse wiederum ausschließen, um das Objekt hier länger zu machen. Die Ausnahme in dem Fall ist die Rotation. Also wenn ich das Widget nochmal in den Rotation Mode stelle und jetzt die Umschalttaste drücke und hier an der y-Achse anfasse, dann rotiere ich trotzdem nur entlang der y-Achse. Also bei der Rotation funktioniert das Ganze nicht. Nun kann man mit diesem Manipulation Widget ja schon eine ganze Menge machen. Allerdings wollen wir ja mehr tun, als nur einen Würfel im Raum hin und her zu schieben. Denn Modeling besteht ja in der Regel daraus, dass man aus einer Vielzahl von Objekten seine Szene erstellt und nicht nur diesen einen Würfel hat. Und deswegen soll es jetzt im nächsten Kapitel darum gehen, wie man neue Objekte erstellt. Neue Objekte können Sie hinzufügen, indem Sie entweder zur Menüleiste gehen, hier ganz oben, und da in dem Add-Menü, also Add wie Addieren hinzufügen, aus diesen verschiedenen Kategorien ein Objekt auswählen oder indem Sie den Shortcut verwenden. Und der Shortcut, um neue Objekte zu erstellen, ist Shift-A, also Umschalt-A und haben hier jetzt das gleiche Add-Menü, das Sie auch hier oben aufrufen können. Also Shift-A und hier haben Sie jetzt verschiedene Kategorien. Zum Beispiel die Mesh-Objekte und zum Beispiel dieser Kubus ist auch ein Mesh-Objekt. Also die Mesh-Objekte Cube, Plane, Circle, Cylinder und so weiter. Dann gibt es noch Kurven, Surfaces, also Oberflächen, Meterballs, Texte, Armaturen, Lettices, Empties, Speaker, Kamera, Lamp und so weiter. Und wir werden eine ganze Reihe dieser verschiedenen Kategorien von Objekten kennenlernen, aber am Anfang soll es jetzt erstmal vorwiegend um die Mesh-Objekte gehen. Dann werden wir es auch zu tun haben mit der Kamera, die wir ja schon in der Szene haben und mit verschiedenen Formen von Lampen. Später geht es noch um die Empties, das sind Hilfsobjekte, die sonst keine weiteren Daten in sich tragen, daher auch Empty, also leere Objekte und Armaturen. Aber zunächst mal die Mesh-Objekte. Also wir haben jetzt diesen Würfel. Nun könnte man auch ein anderes Objekt erstellen, zum Beispiel eine Plane, also eine Fläche und die taucht jetzt hier im Zentrum unserer Szene auf und zwar da, wo auch der 3D-Cursor ist. Und da diese Fläche jetzt an dem gleichen Platz ist wie auch der Würfel, würde ich die jetzt erstmal entweder verschieben oder skalieren. Und man könnte mal so tun, als wäre diese Fläche der Fußboden. Und um jetzt diese Fläche zu skalieren, wechsle ich das Widget zu Skalierung und kann jetzt hier mit dem weißen Kreis von diesem Widget die Fläche groß machen. So, das könnte jetzt unser Fußboden sein. So, jetzt haben wir eine Fläche erstellt und zwar hier an unserem 3D-Cursor. Und neue Objekte entstehen immer am 3D-Cursor. Das heißt, wenn ich jetzt mit der linken Maustaste den 3D-Cursor hier oben platziere und nochmal Shift-A drücke und jetzt zum Beispiel eine UV-Sphere, also eine Kugel, erstelle, dann erscheint die Kugel jetzt hier oben genau am 3D-Cursor. Das heißt, je nachdem, wo der Cursor ist, kann ich jetzt auch die Objekte an verschiedenen Orten entstehen lassen. Und vielleicht schauen wir mal, was für Objekte wir denn in diesem Menü haben. Also wir kennen schon die Fläche, den Würfel, die Sphäre, also die Sphere, die Kugel, dann den Kreis. Dann haben wir hier noch eine Icosphere. Das ist eine andere Art von Kugel. Und ich gehe mal wieder in den Translate-Modus von dem Widget, um diese Icosphere etwas mehr hier rüber zu schieben, damit wir sie besser sehen können. Und die Kugel wähle ich auch aus mit der rechten Maustaste und bewege sie entlang der X-Achse auch etwas zu uns, um jetzt hier diesen Unterschied besser sehen zu können. Also diese Kugel ist aufgebaut aus vier Ecken und die Icosphere ist eher aufgebaut aus drei Ecken. So, dann haben wir noch den Zylinder. Dann haben wir noch den Cone, also den Kegel. Ein Grid, also ein Raster. Und dieses Raster sieht zunächst einfach genauso aus wie die Fläche. Und ich greife jetzt mal kurz vor. Wenn man sich die Struktur von dem Raster anschaut, dann sieht man, das ist also nicht nur ein Viereck, sondern besteht aus vielen aneinandergereihten Vierecken. Das ist also das Grid. Dann den Monkey. Ein Affenkopf. Dieser Affenkopf. Und ich drücke jetzt mal kurz die Komma-Taste, um mich hier heranzuzoomen. Dieser Affenkopf hat auch einen Namen, das ist nämlich Susanne. Und Susanne, das ist sozusagen das Maskottchen von Blender. Also Monkey Head. Dann haben wir noch einen Torus. Der Torus ist einfach ein Ring. Und alle diese Objekte sind Mesh-Objekte, die man zum Modeling verwenden kann. Und diese Objekte, die haben auch einen Namen. Das sind die sogenannten Primitives. Also die Standard-Objekte. Und aus diesen Objekten kann man eben sehr vieles machen. Also zum Beispiel aus der Fläche kann man einen Fußboden machen. Die Würfel kann man dazu verwenden, Häuser zu bauen. Dieser Cone könnte zum Beispiel ein Dach sein von einem Turm. Dann, das könnte hier der Turm sein. Könnte aber auch eine Tasse sein. Dann die UV-Sphere. Könnte ein Auge sein zum Beispiel. Oder eine Weltkugel. Und so weiter. Das hier könnte ein Fußball werden. Und Sie sehen schon, aus diesen Primitives, aus diesen Standard-Objekten, kann man schon eine ganze Menge bauen. Und da ich Ihnen nun gezeigt habe, wie Sie neue Objekte erstellen können, will ich Ihnen auch zeigen, wie Sie die neuen Objekte wieder löschen können. Also um ein Objekt im Blender zu löschen, drücken Sie die Taste X. Oder können auch das Menü verwenden. Also Object. Und was wollen Sie mit dem Objekt machen? Nämlich Delete. Also könnten auch Delete drücken. Oder Sie verwenden einfach die Suche. Also Leertaste. Und tippen jetzt einfach Delete. Delete. So. Und der Shortcut ist X. Sie können aber auch die Entfernen-Taste verwenden. Das funktioniert auch. Also ich nehme den Shortcut X. Und jetzt fragt er mich. Und ich sage Jawohl. Delete. Und das bestätige ich jetzt mit der linken Maustaste. Oder mit Enter. So. Das hätten wir gelöscht. Und jetzt will ich auch noch die anderen Objekte löschen. Also wähle ich das jetzt aus mit der rechten Maustaste. Drücke X. Linke Maustaste bestätigen. X. Delete. Und natürlich kann man auch mehrere Objekte gleichzeitig auswählen. Und dazu halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt. Und können jetzt nacheinander mehrere Objekte auswählen. Und können jetzt diese Objekte löschen. Nämlich mit der Taste X. Das Schöne bei Blender ist ja, wir werden im Workflow nicht gestört. Das heißt, wenn wir das jetzt doch nicht löschen wollen, müssen wir nicht Abbrechen drücken. Sondern gehen einfach mit der Maus aus diesem Pop-Up-Menü wieder raus. Und damit ist dieser Befehl auch weg. Und wir laufen nicht mehr Gefahr, diese Objekte aus Versehen zu löschen. In meinem Fall, ich möchte sie ja löschen. Ich drücke nochmal X. Und bestätige das jetzt mit der linken Maustaste oder mit Enter. Bevor ich das tue, noch ein kleiner Hinweis. Dieser Shortcut X, den können Sie auch von hier aus ändern. Wenn Sie die rechte Maustaste jetzt drücken auf dieses Menü, dann können Sie jetzt auswählen Change Shortcut. Und wenn Sie jetzt mit der linken Maustaste hier drücken, dann können Sie jetzt hier auch eine neue Tastenkombination vergeben, um den Shortcut für löschen zu ändern. Aber das will ich ja nicht. Deswegen drücke ich jetzt Escape, um das Ganze abzubrechen. Und stattdessen bleibe ich bei X und bestätige das jetzt mit der linken Maustaste. Es gibt eine Besonderheit beim Erstellen von neuen Objekten im Blender. Und das ist, dass man sie nicht einstellen kann. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Kugel erzeugen, dann können Sie vorher nicht einstellen, wie viele Ringe und Segmente diese Kugel hat. Ich lösche mal diesen Würfel mit X, Delete. Umschalt A, Add Mesh UV Sphere. Und Sie können jetzt hier nicht einstellen, bevor Sie die Kugel erzeugen, wie viele von diesen Ringen und wie viele Segmente diese Kugel hat. Die Besonderheit von Blender ist eben, dass man Objekte erst erstellt und hinterher einstellt. Und das folgt dieser Devise des Non-Blocking Interface. Das heißt, man soll nicht in seinem Workflow behindert werden. Also wenn Sie einfach nur eine Kugel erstellen wollen, ohne sich darum zu kümmern, wie diese Kugel aussieht, dann können Sie das einfach tun, ohne vorher ein Fenster zu kriegen, wo Sie einstellen müssen, wie viele Segmente oder Ringe diese Kugel hat. Oder wie groß die Kugel ist oder wo sie sich befindet. Diese ganzen Einstellungen, die können Sie natürlich dennoch vornehmen, allerdings erst, nachdem Sie die Kugel erzeugt haben. Und das hat einen entscheidenden Vorteil, nämlich Sie sehen unmittelbar, was passiert und wie die Kugel dann aussieht. Also Sie können erst mal eine Kugel erstellen und hinterher passen Sie sie dann an. Und das tun Sie mit dem sogenannten Last Operator Menü. Ein Operator ist eben zum Beispiel so etwas wie ein neues Objekt zu erstellen. Und dieses Last Operator Menü, das finden Sie im Toolshelf in der Werkzeugleiste hier links. Und zwar hier. Und hier sehen Sie jetzt, dass Sie die Aktion Add UV Sphere modifizieren können. Und zwar indem Sie hier die Segmente einstellen und die Ringe, die Größe, die Ausrichtung und Position und dergleichen mehr. Also wenn ich zum Beispiel nicht 32 Segmente will, sondern weniger, dann kann ich hier diesen Slider betätigen. Entweder indem ich hier auf die Pfeile klicke oder indem ich hier einfach mit der linken Maus einmal draufdrücke, gedrückt halte und jetzt nach links oder rechts ziehe. Und so kann ich jetzt einstellen, wie viele Segmente die Kugel hat. Und ich kann auch hier doppelklicken und kann dann zum Beispiel sagen, diese Kugel soll nur aus acht Segmenten bestehen und dementsprechend dann auch weniger Ringe. Sechs zum Beispiel. Und hier erschließt sich vielleicht auch, warum die Kugel UV Sphere heißt. Denn UV, UV, das sind die Koordinaten für die Längengrade und die Breitengrade. Und die Buchstaben X und Y, die waren ja schon vergeben für die Achsen. Und deswegen hat man diese Ringe und die Segmente nach U- und V-Koordinaten eingeteilt. Also es ist einfach nur eine Namenskonvention. So, dann können Sie hier auch die Größe einstellen, die Ausrichtung. Mit Align to View können Sie die Kugel so ausrichten, dass sie direkt zu Ihnen ausgerichtet ist. Also wenn ich hier ein Häkchen setze, dann liegt die Kugel gewissermaßen direkt zu Ihnen. Und wenn ich das wieder ausschalte, dann wird das wieder zurückgesetzt. Und wenn man das dann nochmal einschaltet, dann benutzt Blender wiederum die momentane Ausrichtung. Also wenn ich jetzt nochmal den Viewport verändere, Häkchen wegnehme, Häkchen nochmal neu setze, dann blickt die Kugel jetzt zu Ihnen. Und Sie können hier so lange rumspielen, bis Sie damit fertig sind. Auch die Positionen können hier nachträglich noch geändert werden. Und alle diese Eigenschaften, die gehören eben zu dem Last Operator. Und dieser Last Operator, der bezieht sich tatsächlich nur auf das, was Sie zuletzt ausgeführt hatten. Allerdings ist nicht alles automatisch ein Operator. Also wenn man mehrere Objekte hat und ein anderes Objekt auswählt, die Lampe zum Beispiel, dann ist diese Auswahl nicht automatisch ein Operator. Also Auswahl qualifiziert nicht als Operator. Wenn Sie allerdings jetzt ein neues Objekt erstellen, also Shift-A, Add Mesh, Cylinder, dann ist das jetzt der Last Operator. Und wenn Sie jetzt hier dieses Menü betätigen, dann stellen Sie diesen Zylinder ein. Und selbst wenn Sie die Kugel auswählen, dann können Sie jetzt nicht mehr die Kugel einstellen. Also hier muss man ein wenig aufpassen und tatsächlich die Einstellungen vornehmen, sobald man das Objekt erzeugt hat oder sobald man eine Aktion ausgeführt hat. Und das Praktische, wie gesagt, ist, dass Sie diese Objekte interaktiv anpassen können. Also erst das Objekt erstellen und dann mit visuellem Feedback einstellen können, wie das Objekt genau aussehen soll. Und hier kann man wirklich eine ganze Menge machen. Zum Beispiel beim Zylinder den Radius verändern, die Tiefe, also wie hoch das ganze Ding ist, dann können Sie auch mit Cap Ends können Sie einstellen, dass der Zylinder hohl ist, also dass die Enden von dem Zylinder nicht geschlossen werden. Und auch hier natürlich Align to View. Also dieses Align to View, das ist allen neuen Objekten beim Last Operator gemeinsam. Auch die Rotation kann man hier natürlich einstellen und so weiter. Jetzt ist dieses Last Operator Menü relativ klein und ein klein wenig versteckt hier links unten in der Werkzeugleiste. Und man hat hier auch die Werkzeugleiste nicht unbedingt immer offen. Also wenn ich die jetzt mal schließe und würde ein neues Objekt erstellen, dann hätte ich jetzt keinen Zugang zu diesem Last Operator. Es sei denn, ich öffne die Werkzeugleiste mit dem Shortcut T. Aber wenn man das nicht will und wenn man lieber ein Menü hier über dem Bildschirm hätte, dann kann man auch dafür einen Shortcut verwenden. Nämlich hier ist der Shortcut F6. Und das öffnet auch so ein kleines Pop-Up oder so ein Schwebe-Menü, wo Sie hier die Einstellungen vornehmen können. Und sobald Sie die Maus aus dem Menü herausbewegen, verschwindet es auch wieder. Aber keine Angst, wenn Sie das Menü wieder sehen wollen, dann können Sie wiederum mit dem Shortcut F6 dieses Menü zeigen. Und solange Sie kein anderes Objekt erzeugt haben oder einen Operator ausgeführt haben, dann haben Sie noch hier diese Einstellungen. Also wenn Sie das Menü weiter hier drüben haben wollen, dann können Sie das da erzeugen. Und wie Sie sehen, erscheint das Menü immer da, wo die Maus sich befindet. Mithilfe dieses Last-Operator-Menüs können wir jetzt zum Beispiel einen relativ dünnen Zylinder erzeugen, indem ich jetzt einfach einen neuen Zylinder erstelle und dann den Radius verringere, auf 0,1 zum Beispiel, und ihn etwas länger mache, vier Blendereinheiten, und dann vielleicht etwas drehe, zum Beispiel entlang der X-Achse, der Y-Achse und auch der Z-Achse. Also dieser Zylinder steht jetzt hier so schräg im Raum. Und wenn ich diesen Zylinder jetzt bewegen will, und zwar nicht nur entlang der Y-Achse oder der X-Achse oder der Z-Achse, sondern entlang der eigenen Achse, also entlang dieser Linie, dann ist das in dieser momentanen Einstellung nicht möglich. Also wenn ich jetzt hier die Position, die Location verändere, dann bewegt das diesen Zylinder auch nur entlang der globalen X-Achse. Und globale Achse deswegen, weil diese Achsen des Koordinatensystems vom Blender, die verändern sich nicht. Also egal, wie die Kamera gedreht ist, egal, wie mein Objekt ausgerichtet ist, die Y-Achse und die X-Achse und die Z-Achse von der Welt sozusagen, die bleiben gleich. Also diese Achsen sind sozusagen die Weltachsen und diese bleiben immer gleich. Doch die Ausrichtung und die Achsen von dem Objekt an sich, die können sich natürlich ändern. Wenn ich mir jetzt die Achsen anschauen will, und zwar nicht nur in dem Last Operator Menü, sondern hier drüben, dann kann ich mit N oder mit diesem kleinen Pluszeichen das Properties Panel öffnen, nach oben scrollen, und habe jetzt hier in Gradangaben die Rotation. Und die kann ich genauso, wie ich das hier bei dem Last Operator machen kann, kann ich auch von hier die Rotation verändern. Und Sie sehen schon, wenn ich das hier mache als Eigenschaft von dem Objekt, dann beeinflusst das nicht die Anzeige von dem Last Operator. Denn das wäre jetzt eine andere Aktion als die hier. Aber der Punkt ist, im Moment gibt es keine Möglichkeit, das Objekt entlang der eigenen Achse zu bewegen. Und dazu müssen Sie die Arbeitsachse, die Arbeitsausrichtung, erstmal umstellen von global auf lokal. Und das können Sie hier in dem Widget Menü machen. Also statt global kann das Widget, also die Bewegungsachse, auch die lokale Achse verwenden. Und die lokale Achse, das ist immer die Achse von dem Objekt. Und Sie sehen schon, dass jetzt die blaue Achse, die Z-Achse, nicht mehr nur nach oben weist, sondern jetzt in Richtung von dem Objekt. Und jetzt kann ich diesen Zylinder auch entlang der eigenen Achsen verschieben. Und genauso wie wir das bei dem globalen Bewegen von dem Widget machen konnten, können wir auch hier eine Achse ausschließen. Also wenn wir zum Beispiel nur entlang der lokalen X- und Y-Achsen diesen Zylinder bewegen wollen, dann halte ich jetzt die Shift-Taste gedrückt, die Umschalt-Taste. Um der linken Maus klicke ich jetzt auf diesen blauen Pfeil, auf die lokale Z-Achse, und bewege mich jetzt hier entlang der X- und Y-Achse von diesem Zylinder. Und hier kann man auch schön sehen, wie diese rötliche und die grünliche lokale Achse völlig anders ausgerichtet sind, als die globale X- und Y-Achse. Also das sind zwei unterschiedliche Methoden, Objekte im Raum zu bewegen und zu verschieben. Und die beziehen sich natürlich auch auf Rotation und Skalierung. Also wenn mir dieser Zylinder zum Beispiel zu lang ist, dann könnte ich in den Skalierungsmodus wechseln, und diesen Zylinder jetzt mit der blauen lokalen Z-Achse schmaler machen. Oder wenn ich ihn breiter machen will, mit der blauen Z-Achse, die lokale Achse und der Umschalt-Taste, jetzt hier diesen Zylinder breiter machen. Jetzt gibt es neben den lokalen und globalen Achsen auch noch ein paar andere Arten der Ausrichtung. Es gibt einmal die Gimbal Orientation, Normal und View. Auf Gimbal möchte ich hier nicht weiter eingehen. Das kann in manchen Fällen bei Animationen ganz praktisch sein. Normal werden wir kennenlernen beim Mesh-Editing. Und View ist eigentlich selbsterklärend. View ist einfach die Ausrichtung entlang der momentanen Blickachse. Also wenn ich das jetzt auf View stelle, dann kann ich mich jetzt hier parallel zum Bildschirm bewegen und ist dementsprechend eigentlich fast das gleiche, als würde ich hier den weißen Kreis anfassen, der das Objekt ja auch parallel zum Bildschirm bewegt. Ich möchte an dieser Stelle auf eine ganz praktische Eigenart von Blender hinweisen, nämlich, dass Sie eine Aktion, wie in diesem Fall das Bewegen, abbrechen können, indem Sie Escape drücken oder auch die rechte Maustaste. Und das Praktische dabei ist, dass Sie eine Aktion, wenn Sie feststellen, Sie wollten das gar nicht tun, Sie müssen das nicht rückgängig machen, sondern Sie brechen die Aktion einfach ab. Wiederum aus anderen Programmen kennt man das ja, man fängt an, eine Sache zu verschieben und stellt beide Aktionen fest, dass man die gar nicht ausführen wollte oder dass sie vielleicht falsch ist. Und statt dass man das jetzt abbrechen kann, muss man in der Regel dann STRG-Z betätigen, um das Ganze rückgängig zu machen. Bei Blender kann man hier einfach mit Escape oder auch der rechten Maustaste diese Aktion auf halbem Wege abbrechen. Also mit Escape abbrechen oder einfach in diesem Fall die linke Maustaste loslassen, um das Ganze zu bestätigen oder auch die Enter-Taste drücken. Jetzt gibt es zusätzlich zu diesen fünf Ausrichtungen noch weitere, nämlich benutzereingestellte Ausrichtungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe nochmal zu der lokalen Achse, wenn ich also zum Beispiel diesen Zylinder habe mit einer bestimmten Ausrichtung und zum Beispiel noch einen Würfel. Den bewege ich jetzt mal hier hoch. Und angenommen, ich möchte diesen Würfel jetzt entlang der Ausrichtung von diesem Zylinder bewegen. Dann müsste ich irgendwie das so einstellen, dass der Würfel die Ausrichtung von dem Zylinder verwendet. Und das kann man tun, indem man in dem Properties-Panel etwas nach unten scrollt. Und hier gibt es jetzt ein Menü namens Transform Orientations. Und um etwas Platz zu schaffen, klappe ich mal diese anderen Menüs hier ein und klappe das hier aus. Das kann man übrigens auch ausklappen, indem man die Maus über dieses Feld bringt und A drückt. Und kann jetzt hier auswählen, ob ich jetzt Local, Global, Gimbal, View verwenden will, oder ich kann auch eine neue Orientation anlegen. Also zum Beispiel habe ich jetzt diesen Zylinder ausgewählt und drücke auf Create. Und wenn ich jetzt mal in dieses Menü reingucke, dann habe ich jetzt hier noch eine zusätzliche, etwas abgesetzt von den anderen, eine zusätzliche Ausrichtung, nämlich die Ausrichtung des Zylinders und kann die jetzt verwenden, wenn ich den Würfel ausgewählt habe. Gehe also in das Menü, entweder hier unten oder hier oben und wähle Zylinder aus und kann jetzt den Würfel entlang der Ausrichtung von dem Zylinder verschieben. Also etwa halte ich die Umschalttaste gedrückt, klicke auf die Z-Achse und kann jetzt diesen Würfel parallel zu dem Zylinder verschieben. Oder drehen und skalieren, was auch immer. Kann auch anschließend wieder zurück zu der lokalen Achse gehen, kann den Würfel jetzt entlang der eigenen X-Achse drehen, entlang der eigenen Y-Achse drehen und habe ihn jetzt eigentlich genauso ausgerichtet wie den Zylinder vorher. Wenn Sie das Widget nicht immer umstellen wollen von Rotieren, Bewegen, Skalieren, dann können Sie auch der Einfachheit halber alle drei Modi gleichzeitig anschalten. Und zwar indem Sie mit gedrückter Umschalttaste zusätzlich zur Rotation auch noch Bewegung und Skalierung aktivieren und haben jetzt alle drei Tools gleichzeitig aktiviert und können jetzt sowohl Bewegen als auch Skalieren als auch Drehen. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf die Einstellung, wenn Sie Global oder View aktiviert haben. Und falls Sie mal das Widget nicht sehen wollen, dann können Sie das auch ausschalten und zwar mit diesem Knopf hier. Also falls das Widget mal weg ist, dann können Sie diesen Knopf benutzen, um es wieder einzuschalten. Auch dafür gibt es natürlich einen Shortcut. Dieser Shortcut dafür ist Steuerung Leertaste. Steuerung Leertaste kann dieses Widget verstecken oder wieder anzeigen. Ich habe bis jetzt ganz bewusst darauf verzichtet, Ihnen das Toolshelf vorzustellen für die Aktionen, also Translate, Rotate und Scale. Denn natürlich können Sie auch diese Aktionen von hier aus starten. Das Problem dabei ist, dass das Toolshelf sich in diesem Falle etwas merkwürdig verhält. Wenn Sie die Werkzeugleiste von Photoshop zum Beispiel nehmen, dann können Sie da ein Tool, ein Werkzeug aufnehmen und dann im Viewport oder auf Ihrer Arbeitsfläche ausführen. In diesem Fall, wenn Sie hier auf Translate, also Bewegen klicken, dann starten Sie die Bewegung von hier aus. Das Problem bei diesen drei Tools aus dem Toolshelf ist, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Translate, also auf Bewegen klicke, dann starte ich direkt die Bewegung von hier drüben. Das heißt, wenn ich mich nach links bewegen will, dann geht es hier nicht weiter. Umgekehrt kann ich natürlich mich nach rechts bewegen, soweit ich will, beziehungsweise solange der Bildschirm nicht aufhört. Aber insbesondere, wenn die Bewegung nach links gehen soll, dann hat man hier natürlich ein Problem. Auch die Skalierung kann ich hier nur in eine Richtung ausführen. Also wenn ich hier auf Scale drücke, dann kann ich mich hier natürlich in die Richtung bewegen und skaliere jetzt kleiner. Um größer zu werden, fehlt auch hier wieder der Platz auf dem Bildschirm. Insofern würde ich diese Tools von hier aus niemals verwenden. Es gibt natürlich einige andere Werkzeuge, die hier sehr praktisch sind und die von hier aus wunderbar ausgeführt werden können. Aber insbesondere diese drei würde ich von hier aus einfach nicht verwenden. Und trotzdem haben die einen ganz praktischen Nutzen, nämlich die zeigen mir an, dass es für diese Aktion Translate Selected Items auch einen Shortcut gibt, nämlich G. G wie Grab and Move oder auf Deutsch Greifen und Bewegen. Und dieser Shortcut ist ein wirklich ein sehr praktischer Ersatz für das Widget, denn statt auf diese Pfeile zu klicken und damit den Zeigefinger zu beanspruchen, kann ich auch, ganz ohne die Maus verwenden zu müssen oder eine Maustaste gedrückt halten zu müssen, kann ich hier eine Bewegung starten, indem ich den Shortcut G verwende. und wenn ich einmal G drücke, dann bin ich jetzt im Bewegungsmodus und kann jetzt den Würfel hier auf meinem Bildschirm bewegen. Und wenn ich ihn an die gewünschte Position gebracht habe, dann setze ich ihn ab, indem ich die linke Maustaste betätige oder Enter drücke. Und genau wie vorher können wir diese Aktion auch abbrechen. Also wenn ich jetzt G drücke und merke, ich wollte gar nicht bewegen, ich wollte eigentlich rotieren, dann kann ich jetzt mit der rechten Maustaste oder mit Escape diese Aktion abbrechen und bin jetzt wieder da, wo ich vorher war und kann stattdessen jetzt die Rotation starten. Und auch hier gibt es einen Shortcut, den man sich sehr leicht merken kann, nämlich R wie rotieren. Wenn man das vergisst, einfach mal hier oben nachgucken. Auch hier steht der Shortcut R, also R für die Rotation. Und die Ausrichtung für diese Rotation ist in dem Fall auch parallel zu meinem Bildschirm. Und das Ganze funktioniert auch mit der Skalierung und auch das kann man sich leicht merken, nämlich der Shortcut für Skalierung ist S. Und Sie sehen, dass ich für diese Aktion nicht mal das Widget ändern muss und ich kann sogar das Widget ausstellen mit STRG-Lehrtaste und auch jetzt ganz ohne Widget mein Objekt bewegen, rotieren oder skalieren. Jetzt können Sie einwenden, dass es natürlich ganz praktisch ist, dass man mit dem Widget auch entlang einer bestimmten Achse das Objekt bewegen kann, aber das funktioniert auch ohne Widget. Denn genauso wie ich mit dem Widget den Würfel entlang der X-Achse bewegen kann, kann ich das auch mit dem Shortcut. Und zwar funktioniert das hier so, dass ich erst den Würfel in den Bewegen-Modus bringe, also einmal G drücke und kann jetzt anschließend die Achse festlegen, entlang derer sich der Würfel bewegen soll. Also zum Beispiel die Y-Achse und drücke jetzt einfach einmal Y und kann jetzt den Würfel wiederum wie auf einer Schiene entlang der Y-Achse bewegen und dann hier drüben absetzen. Ich mache ihn mal etwas kleiner mit S so und kann jetzt wieder mal G-Y mich hier bewegen G-X und G-Z und so weiter. Und Sie sehen, dass ich die Achsen, die Buchstaben für die Achsen nicht gedrückt halten muss. Also ist es nur ein einziger Tastendruck G und solange man jetzt in dem Bewegungsmodus ist und dieser Bewegungsmodus wird hier mit dieser weißen Umrandung angezeigt, solange kann man jetzt mit X, Y oder Z die Achsen festlegen. Das heißt, wenn man jetzt feststellt, es soll doch nicht die Z-Achse sein, dann kann ich, ohne etwas anderes machen zu müssen, einfach die Achse ändern in X oder Y. Und auch hier ist es ganz ähnlich wie bei dem Last Operator. Also man führt erst eine Aktion aus und kann sie anschließend modifizieren, um ein visuelles Feedback zu haben, was man gerade tut. Und diese Achsenzugehörigkeit, die kann man nicht nur für die Bewegung einstellen, die kann man auch für die Rotation aktivieren. Das heißt, wenn ich jetzt den Würfel entlang der X-Achse rotieren will, dann drücke ich R, um in den Rotationsmodus zu kommen, der im Moment noch parallel zum Bildschirm ist und kann jetzt X drücken, um das Ganze an die X-Achse zu binden. Oder ich drücke Z, um den Würfel um die eigene Z-Achse rotieren zu lassen. Und mit dem Last-Operator-Menü kann ich auch das wiederum modifizieren, nachträglich, also hier noch die Gradzahl angeben oder das wieder zurück auf 0 setzen. Und natürlich funktioniert das auch mit der Skalierung, also S, X kann auch diesen Würfel entlang der X-Achse länger machen. Das Ganze hat jetzt im globalen Modus stattgefunden. Wenn ich rotiere jetzt mal den Würfel entlang der Y-Achse, also RY, so, und gehe jetzt hier in den lokalen Modus und drücke nochmal RZ und wenn ich jetzt rotiere, dann stellen sie fest, dass es trotzdem noch entlang der globalen Achse geschieht. Das wird auch hier unten im Header angezeigt, also Rotate so und so viele Gradeinheiten entlang der globalen Z-Achse. Das heißt, obwohl die lokale Achse, die lokale Z-Achse jetzt in dieser Richtung verläuft, führt RZ die Rotation um die globale Achse aus. Und das bedeutet, dass die Achse, die hier unten eingestellt ist, zunächst einmal nichts mit dem Shortcut zu tun hat. Das heißt, egal ob jetzt hier global oder local eingestellt ist, RZ oder GZ wird immer entlang der globalen Achse ausgeführt. Und trotzdem kann man ohne dieses Widget überhaupt verwenden zu müssen, einstellen, dass der Würfel sich jetzt doch entlang der lokalen Z-Achse drehen soll, also entlang der eigenen Z-Achse. Und zwar indem man RZ drückt und anschließend nochmal Z. Und kann jetzt entlang der lokalen Z-Achse rotieren. Und das funktioniert also nach dem folgenden Prinzip. der Achsenbuchstaben einmal gedrückt ist immer die globale Achse und der Achsenbuchstaben zweimal gedrückt ist die lokale Achse. Das heißt also GY bewegt diesen Würfel entlang der globalen Achse und wenn ich Y zweimal drücke, also jetzt einfach nochmal Y, wechselt die Achse auf die lokale Achse. Also nochmal GX bewegen entlang der globalen X-Achse GXX entlang der lokalen Achse. Und diese Pfeile können dabei in dem Fall einfach nur helfen um sich zu orientieren oder um besser zu sehen wie ist denn die lokale Achse überhaupt ausgerichtet. GXX GZZ RYY S ZZ zum Beispiel. Also so kann man das ausführen ohne überhaupt die Maus benutzen zu müssen. Also in dem Fall ist die Maus einfach nur dazu da um anzugeben welche Richtung und um das dann mit der linken Maustaste zu bestätigen oder mit Enter oder mit der rechten Maustaste abbrechen oder auch mit Escape abbrechen. Und wenn Sie jetzt ein Objekt entlang von zwei Achsen gleichzeitig bewegen wollen und zwar mit den Shortcuts dann gibt es dafür wieder zwei Wege. Der eine ist sich dieses Verhalten zunutze zu machen dass sich bei wenn Sie einmal nur den Shortcut betätigen dass sich die Aktion dann parallel zur Bildschirmachse vollzieht. Also wenn ich zum Beispiel in die Ansicht von oben wechsle indem ich jetzt die 7 drücke und vielleicht auch das Ganze in der orthografischen Ansicht also jetzt nochmal 5 etwas raus scrolle und G drücke dann bewegt sich dieses Objekt parallel zu meinem Bildschirm und da der Bildschirm jetzt auch von oben auf die Welt herunter guckt also parallel ist zum Fußboden bewege ich mich jetzt wie Sie hier unten sehen können nur entlang der x- und y-Achse und die z-Achse bleibt bei 0 und das geht natürlich auch in der Ansicht von vorne jetzt würde ich mich hier nur entlang der x- und z-Achse bewegen also wiederum wie an einer Wand entlang und wenn Sie jetzt nicht immer die Ansicht wechseln möchten um die Achsen der Bewegung festzulegen dann können Sie auch eine Spezialansicht verwenden und das ist die sogenannte Quad View also die Ansicht wo der Bildschirm in vier Teile geteilt ist das kennen Sie vielleicht auch von anderen 3D Programmen und die kann man einstellen wenn Sie in das Ansichten Menü gehen und ganz oben können Sie Toggle Quad View aktivieren der Shortcut wäre STRG-ALT Q und hier wird der Bildschirm jetzt automatisch geteilt in eine Ansicht von oben und vorne und von der Seite und die vierte wäre jetzt hier die Kameraperspektive die können Sie Viewport drehen und wenn ich jetzt die Maus über diese Top View bringe und G drücke dann startet die Bewegung nur parallel zum Fußboden wenn ich die Maus über die Front View bringe dann ist das Ganze von vorne oder eben von der Seite und hier zeigt sich eine ganz wichtige Eigenschaft von Blender denn es geht immer darum wo die Maus gerade ist wenn sie einen Shortcut ausführen und das geht so weit dass wenn sie die Maus in der Timeline haben und drücken jetzt G dann passiert gar nichts denn in diesem Fall würde sich der Shortcut G auf die Timeline beziehen das heißt sie müssen immer darauf achten wo ihre Maus gerade ist wenn sie einen Shortcut ausführen also wenn sie jetzt G drücken dann geschieht die Bewegung auf allen drei Achsen wie meine Ansicht ist jetzt gerade schräg das heißt die Bewegung passiert jetzt sowohl auf xy als auch z Achse wenn das Ganze hier passiert das wäre jetzt parallel zum Fußboden so jetzt gehe ich aus der Quadview wieder raus mit STRG ALT Q Sie sehen dass ich jetzt in der Topview bin weil zu dem Zeitpunkt als ich STRG ALT Q gedrückt hatte war ich mit der Maus hier vielleicht noch eine kurze Anmerkung zur Quadview die einzige Ansicht die Sie hier ändern können ist wirklich die hier rechts oben wenn ich hier die mittlere Maustaste betätige dann passiert gar nichts ebenso hier also hier können Sie nur mit Umschalt und mittlerer Maustaste die Ansicht verschieben drehen können Sie die Ansicht nicht auch wenn ich jetzt 1 drücke oder 3 dann ist das einzige was sich ändert die Ansicht hier drüben da also Steuerung Alt Q um hier wieder raus zu kommen denn es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit wie Sie Objekte entlang von zwei Achsen gleichzeitig bewegen können ohne das Widget zu benutzen und zwar das Prinzip ist eigentlich ganz ähnlich wenn Sie beim Widget eine Achse ausschließen indem Sie mit der Umschalt Taste drauf drücken und dann bewegen können Sie wenn Sie den Shortcut verwenden eigentlich genau das gleiche tun nämlich Sie drücken dann zum Beispiel G erstmal um diesen Greif und Bewegungsmodus zu kommen und drücken jetzt um die Z Achse auszuschließen Shift Z also genau das gleiche Prinzip wie bei diesem Widget also Shift Z und jetzt verschieben Sie diesen Würfel nur auf dem Fußboden und um jetzt ein Objekt wieder auf 0 zu setzen also an den Ursprung die Skalierung zu löschen und die Rotation wieder auf 0 zu setzen auch hier können Sie einen Shortcut verwenden nämlich die Umkehrung sozusagen von der Bewegung wäre dann Alt G also wenn G greifen und bewegen ist dann setzt Alt G diese Bewegung wieder auf 0 zurück also Alt G löscht alle Koordinaten und setzt sie wieder auf 0 zurück wenn Sie das mal hier drüben im Properties Panel anschauen dann ist jetzt die Location wieder bei 0 das gleiche geht auch mit der Rotation also Alt R und Alt S und jetzt habe ich wieder meinen Ursprungswürfel diese Art mit Shortcuts umzugehen können Sie auch verwenden um sehr schnell sehr präzise modellieren zu können wenn Sie zum Beispiel den Würfel nicht nur ungefähr zwei Blendeeinheiten entlang der Y Achse bewegen wollen sondern exakt zwei Blendeeinheiten dann können Sie natürlich hier oben diese numerische Eingabe verwenden oder Sie tippen einfach G und dann Y und jetzt sehen Sie ja hier unten wie viele Blendeeinheiten sich der Würfel bewegt und um ihn jetzt exakt zwei Einheiten zu bewegen tippen Sie einfach zwei das jetzt bestätigen mit der Enter Taste und damit haben Sie jetzt den Würfel zwei Blendeeinheiten entlang der Y Achse bewegt also genauso wie es reicht den Achsenbuchstaben einzutippen um ein Objekt an eine bestimmte Achse zu ketten können Sie auch einfach nur die Zahl eintippen um ein Objekt eine bestimmte Anzahl von Blendeeinheiten zu bewegen also zum Beispiel G Z 1 Enter um diesen Würfel eine Blendeeinheit entlang der Z Achse zu bewegen und das Ganze können Sie auch umkehren also wenn Sie diesen Würfel etwa nicht entlang der Y Achse in diese Richtung bewegen wollen also positiv sondern in die andere Richtung dann können Sie eintippen G Y und das haben wir ja schon Minus 2 und selbst wenn Sie schon eingetippt haben G Y 5 und sich dann überlegen das Ganze soll doch in die andere Richtung gehen dann tippen Sie jetzt anschließend Minus und können damit die Richtung umkehren und ich mache jetzt mal eine neue Datei auf also STRG N N nochmal um jetzt hier diese Sidebar zu öffnen man liegt hier genau in der Mitte von dem Fußboden und man sieht hier dass die Dimensionen 2 2 2 sind also das heißt der Würfel hat eine Ausdehnung von jeweils zwei Blendeeinheiten lang alle Achsen und dadurch liegt der Nullpunkt auf Null und da der Würfel ja am Nullpunkt sitzt erstreckt sich dieser Würfel jetzt sowohl eine Blendeeinheit nach oben als auch nach unten wenn wir jetzt aber wollen dass der Würfel mit der Unterseite auf dem Fußboden auf liegt dann können wir das ganz schnell erreichen indem wir drücken G Z und dann 1 Enter und so kann man sehr schnell Objekte sehr präzise positionieren und mit den Tools die wir im letzten Kapitel kennengelernt haben können wir schon eine ganze Menge anstellen und das will ich Ihnen in den nächsten paar Minuten mal demonstrieren wie so ein Workflow aussehen könnte also zum Beispiel soll aus diesem Würfel soll jetzt ein Tisch werden jetzt ist das vielleicht eine ganz einfache simple viereckige Tischplatte und eine Tischplatte ist natürlich etwas schmaler als der Würfel den wir jetzt gerade haben deswegen würde ich als allererstes drücken S Z und dann um jetzt 0,1 einzutippen reicht es wenn ich 0,1 ein tippe beziehungsweise Punkt 1 um genau zu sein also Punkt 1 jetzt habe ich diesen Würfel 0,1 Blendeinheiten skaliert also er hat jetzt nur noch ein Zehntel der Größe jetzt soll die Tischplatte nicht am Fußboden liegen sondern oben deswegen drücke ich jetzt GZ 1 der Cursor ist immer noch am Zentrum und an diesem Zentrum soll jetzt ein Standbein entstehen und dieses Standbein könnte ein Zylinder sein deswegen nehme ich jetzt Umschalt A Add Mesh Zylinder dann wiederum könnte ich jetzt den Last Operator verwenden oder vielleicht mache ich das einfach also statt Radius 1 Komma 1 weil dieser Zylinder jetzt durch den Fußboden hindurch ragt und mir dieser Tisch auch etwas zu niedrig ist wähle ich jetzt sowohl den Zylinder als auch den Tisch aus also Umschalt rechte Maustaste auf den Tisch und um jetzt beides eine Blendeinheit nach oben zu bewegen drücke ich jetzt GZ 1 damit steht jetzt der Zylinder schön auf dem Fußboden und habe jetzt hier einen 2 Meter hohen Tisch so jetzt brauchen wir also Umschalt A Add Mesh Monkey GZ 2 um ihn nach oben zu bewegen dann drehe ich ihn jetzt entlang der X Achse also R X und vielleicht auch etwas kleiner S versuchen wir mal die Hälfte also S und jetzt Punkt 5 jetzt etwas nach oben bewegen bis er hier schön auf dem Tisch zum Liegen kommt also so zum Beispiel jetzt gucke ich mal durch die Kamera also durch dieses Objekt das wissen wir durch einfach 0 und kann jetzt auch die Kamera positionieren mit den Shortcuts die wir schon kennen denn gerade bei der Kamera kann ich natürlich nicht das Widget verwenden denn das Widget sitzt ja hier hinten am Ursprung der Kamera und wenn ich durch die Kamera durch gucke dann sehe Shortcuts und ich will jetzt die Kamera etwas anders positionieren nämlich ich will hier näher ranfahren und das kann ich tun indem ich drücke G und jetzt drieben mal kurz um ich will nämlich die lokale Achse zeigen ich will die Kamera entlang ihrer eigenen Achse heranfahren und schauen wir mal wie die Achse der Kamera verläuft also gehe hier zu Local und aha das ist also die Z-Achse die lokale Z-Achse die hier in diese Richtung verläuft deswegen kann ich jetzt einmal das Ganze so machen mit dem Widget allerdings ohne zu sehen was die Kamera dann macht oder ich drücke 0 gucke durch die Kamera und drücke jetzt G Z Z für die lokale Achse kann jetzt wenn ich die Maus leicht bewege kann ich jetzt hier heranfahren vielleicht so und jetzt mit G ohne etwas anderes zu drücken kann ich die Kamera jetzt parallel zum Bildschirm verschieben und damit die Kamera jetzt schön hier so positionieren wenn ich die Kamera rotieren will entlang ihrer eigenen Achse schauen wir mal wie das wäre also ich wähle hier den Rotations Modus also wenn ich die Kamera hier hoch gucken lassen will das wäre auch die lokale X Achse wie man hier sieht gucke ich die Kamera und natürlich ist wichtig dass hier das Kamera Objekt ausgewählt ist das hatte ich vergessen zu erwähnen um die Kamera zu bewegen muss dieser Rahmen gelb erscheinen dieser Rahmen den man hier sieht das ist dieser Rahmen dieser ja eigentlich ist es nur eine Hilfsform für die Kamera also diesen Rahmen kann ich auch mit der rechten Maustaste auswählen das heißt wenn vorher der Tisch ausgewählt war kann hier auch mit der rechten Maustaste den Kamerahmen auswählen und jetzt mit R XX die Rotation entlang der lokalen X Achse starten und kann damit hier hoch oder runter gucken so was jetzt noch fehlt sind Wände und die sind schnell gebaut also der Cursor liegt hier noch am Ursprung sollte das nicht der Fall sein dann können Sie den Cursor auch wieder an den Null wie der Shortcut dafür ist suchen wir einfach mal danach also Leertaste dann Cursor Aha und jetzt schauen wir mal Aha Snap Cursor to Center also Cursor an das Zentrum der Szene schnappen da klicke ich jetzt mal drauf und natürlich der Cursor war vorher schon da wenn der Cursor hier gewesen wäre dann und ich drücke jetzt nochmal die Leertaste kann ich jetzt dieses ausführen und wir sehen eine ganz praktische Eigenschaft von diesem Suchmenü denn diese Suche bleibt gespeichert bis die Blender schließen also entweder ich kann jetzt mit der Löschen Taste eine neue Suche starten oder wenn dieser Befehl noch zwischengespeichert war dann kann ich ihn danach erneut ausführen also ich mache nochmal Snap Cursor to Center und wenn der Cursor jetzt wieder hier sitzt und ich habe nicht vorher eine andere Suche gestartet dann könnte ich jetzt den Cursor ganz leicht wieder ans Zentrum schnappen mit Leertaste Enter so jetzt die Wände also Umschalt A Add Mesh Cube Wände brauchen nicht zu dick sein deswegen S X Komma 1 S Y 3 G Z 1 vielleicht S Z 2 G X 3 Aha wieder die andere Richtung deswegen jetzt Minus so und jetzt das Ganze noch für die andere Wand also nochmal Shift A Add Mesh Cube S Y Komma 1 Enter S X 3 G Z 1 S Z 2 so und jetzt G Y 3 und damit haben wir jetzt diese Wände gebaut jetzt gucken wir schon durch die Kamera wir haben ja auch schon eine Lampe in der Szene und auch wenn ich jetzt etwas vorgreife das kann man ja vielleicht schon mal rendern und rendern wird gestartet indem man hier auf diesen Button klickt also Render Image und es rendert uns ein wunderschönes Bild ok aber wie man diese Lichter und die Rendereinstellung nachher noch einstellt das kommt in einem späteren Kapitel aber Sie sehen hier kann man schon ohne viele Tools verwenden zu müssen mit ganz einfachen Befehlen sehr schnell eine Szene modellieren Ich möchte mir jetzt ein paar der Objekteigenschaften anschauen Wir kennen ja schon das Properties Panel das Sie mit N oder mit diesem Plus Zeichen öffnen können und wenn hier hochscrollt sieht man hier diese Transform Eigenschaften In diesem Fall etwa sieht man dass der Würfel namens Cube um zwei Einheiten lang der Z-Achse nach oben verschoben worden ist dass er nicht rotiert ist und dass er eine bestimmte Skalierung hat und entsprechend dieser Skalierung dann auch eine bestimmte Dimension und diese Eigenschaften die befinden sich nicht nur hier in diesem Properties Panel sondern auch an einer anderen Stelle und ich klappe dieses Panel mal wieder ein mit N und vergrößere jetzt diesen Bereich einfach damit man den besser sieht und wenn wir jetzt mal zwei drei Panels weiter gehen zu dem Object Properties Panel hier dann sieht man hier den Namen von diesem Objekt also Cube und auch hier haben wir diese Transform Eigenschaften also wenn ich nochmal N drücke dann sind das also die identischen Werte hier also dieses N Panel ist wie so eine kleine Ablagefläche wo verschiedene Eigenschaften und verschiedene Tools verschiedene Einstellungen aus anderen Bereichen von Blender abgelegt worden sind um sie besser erreichen zu können so also wir haben hier Location Rotation Scale und dergleichen mehr dann hat man hier auch noch diesen Rotation Mode der geradezu XYZ Euler gestellt ist was es genau bedeutet das interessiert uns erstmal nicht nur so viel man kann auch den Rotationsmodus umstellen zum Beispiel zu Quaternion dann haben wir hier jetzt vier Werte und je nachdem wie diese Werte hier miteinander korrespondieren haben wir auch eine andere Art der Rotation das ist später für Animation wichtig es gibt andere Objekt Arten in Blender die verwenden einen anderen Rotations Modus aber erstmal soll uns das nicht weiter kümmern also wir lassen das bei XYZ und kümmern uns nicht weiter drum jetzt gibt es da unten drunter noch ein weiteres Transform Panel nämlich Delta Transform und auch hier haben wir jetzt XYZ Rotation und Scale und es scheint als wäre das genau das gleiche aber es fällt auf dass wir diese Werte die wir hier einstellen zu diesen Werten hinzu addieren können und was hat man davon und um das zu erklären muss ich hier wieder mal ein wenig vorgreifen es geht hier nämlich auch wieder um den Bereich der Animation also ich setze das jetzt erstmal alles wieder auf 0 zurück und an der Stelle schonmal ein kleiner Trick Sie können hier natürlich erstmal reinklicken und das Ganze auf 0 setzen aber das ist bei all diesen Werten zu machen das ist etwas mühsam und es wäre viel einfacher wenn wir diesen Wert 0 kopieren und hier rein pasten könnten das kann man natürlich ganz klassisch machen man klickt hier rein drückt STRG C für Copy und dann hier STRG V für Paste so weit so gut das kennt man ja von anderen Programmen aber das schöne bei Blender ist dass es eben wirklich sehr benutzerfreundlich ist denn wozu sollte man diese Zahl erst kopieren es reicht nämlich wenn man die Maus über diese Zahl bringt und ohne hier überhaupt reinklicken zu müssen kann ich jetzt STRG C drücken die Maus über dieses Feld bringen STRG V STRG V STRG V und so weiter und damit paste ich also damit füge ich diesen Wert den ich hier durch dieses mouse over copy kopiert hatte in dieses Feld gestellt und möchte jetzt zeigen was die delta transform macht wenn ich jetzt hier einen keyframe habe drücke i insert keyframe und das ist jetzt wirklich vorgegriffen das kommt eigentlich später nochmal genauer also egal ich habe jetzt hier eine animation dieser würfel hat sich in der position verändert und ich rotiere ihn auch drücke jetzt i insert location rotation keyframe und wenn ich jetzt hier diesen timeline slider bewege dann haben wir diese animation hier und der witz ist jetzt dass wenn ich dieses objekt dupliziere und ich wiederhole mich das ist jetzt alles etwas vorgegriffen wenn ich dieses objekt jetzt dupliziere mit umschalt d habe ich jetzt verschoben auch bewegt es jetzt hier hin aber sobald ich jetzt alt a drücke um diese animation abzuspielen dann stellen sie fest dass das objekt wieder auf diesen punkt zurück snappt das liegt daran dass die aktion die diese animation beinhaltet bei dem kopiervorgang auch kopiert worden ist das heißt dieser würfel und und der ursprungswürfel die teilen sich die gleichen animations daten und das problem dabei ist dass da sie die gleichen animations daten teilen also an einer bestimmten zeitposition eine bestimmte position im 3d raum zugewiesen bekommen haben tun die jetzt bei der animation genau das gleiche und das schöne bei der delta transform ist dass ich jetzt sozusagen einen offset vergeben kann das heißt ich kann jetzt zusätzlich zu diesen animations daten noch andere werte vergeben die zu diesen animations daten hinzugefügt werden so dass ich jetzt zwar zweimal das gleiche objekt habe mit der gleichen animation und trotzdem sind die nicht auf dem gleichen punkt sondern haben durch diese delta transform einen offset bekommen so aber das ganze thema animation das kommt später noch mal gesondert deswegen vergessen wir das ist alles wieder ich drücke Gesteuerung z gucken jawohl so okay also das ist wieder auf 0 zurück gesetzt das schließe ich wieder denn das braucht man nämlich auch relativ selten dann gibt es hier transform logs und das ist eigentlich relativ einleuchtend was das ist wenn ich hier dieses Schloss aktiviere dann kann ich diesen Würfel nicht mehr bewegen Transformation für alle drei Achsen deaktiviert ist ich kann auch eine Achse gesondert wieder freigeben kann das Objekt jetzt entlang der Z Achse verschieben aber nicht mehr entlang der X und Y Achsen das gleiche gilt für die Rotation also wenn ich jetzt R drücke dann ist das einzige was ich rotieren kann ist hier die Z Achse so ich gebe jetzt diese Achsen wieder frei und klappe dieses Panel ein das nächste sind jetzt hier die Relations Einstellungen da können sie einmal einstellen auf welcher Ebene sich das Objekt befindet und das ist ein Thema das wir noch gar nicht hatten nämlich die 3D Ebenen es gibt in Blender 20 verschiedene 3D Ebenen die können sie mit diesen kleinen Kästchen einstellen und im Moment ist hier Ebene 1 aktiv das sehen sie daran dass hier die erste Ebene etwas dunkler ist mit einem gelben Punkt in der Mitte und wenn ich jetzt mal auf die Ebene 2 klicke dann sind die Objekte scheinbar verschwunden sind aber nicht weg die sind ja im Outliner hier auch noch aufgeführt also sie sind nicht gelöscht sie sind nur nicht sichtbar das liegt daran dass die Objekte auf Ebene 1 sind und wir im Moment aber nur Ebene 2 sehen ich klappe das jetzt mal wieder ein also wir gehen wieder zurück auf Ebene 1 hier in diesen Objekteigenschaften könnte ich jetzt diesem Würfel sagen dass der Würfel sich auf Ebene 2 befindet also in dem Relations Panel würde ich hier die zweite Ebene aktivieren und habe damit jetzt den Würfel auf Ebene 2 bewegt und man sieht jetzt hier dass obwohl Ebene 2 noch so hell ist da ist trotzdem ein kleiner Punkt auf diesem Feld und dieser kleine Punkt bedeutet dass jetzt ein Objekt auf Ebene 2 ist und wenn ich jetzt auf Ebene 2 wechsle dann haben wir hier nur die Tischplatte so jetzt ist Ebene 2 aktiv Ebene 1 ist nicht aktiv und wir haben hier einen Punkt aber dieser Punkt ist grau und nicht gelb so was hat es damit auf sich der gelbe Punkt zeigt immer an das aktive ausgewählte Objekt welches sich auf dieser Ebene befindet das heißt ich schalte jetzt auch mal Ebene 1 an und zwar kann man mehrere Ebenen anschalten mit der Umschalt Taste also ich halte Umschalt bzw. gedrückt und klicke jetzt noch auf Ebene 1 und habe jetzt beide Ebenen und kann dadurch dass jetzt dieser gelbe Punkt auf Ebene 2 ist erkennen dass sich diese Tischplatte auf Ebene 2 befindet wenn ich diesen Würfel auswähle dann sehe ich das aktive Objekt ist auf Ebene 1 also hier und daran kann man sehen auf welcher Ebene sich welches Objekt befindet und auch hier können Sie jetzt sehen dass wenn ich die jetzt auch auf Ebene 2 zu bewegen könnte ich hier drauf klicken und Sie sehen dieser gelbe Punkt ist jetzt auf Ebene 2 also die Wand ist auch auf Ebene 2 so und diese 3D Ebenen die kann man nun natürlich verwenden um seine Szene zu organisieren also zum Beispiel könnte ich alle meine Umgebungsobjekte also Boden Wände auf Ebene 1 bewegen und alle Vordergrund Objekte also 2 so wie tue ich das natürlich könnte ich jetzt hier einstellen Ebene 2 aber wie Sie sehen bezieht sich diese Einstellung im Moment nur auf das ausgewählte und zwar auf das aktive Objekt das heißt wenn ich jetzt hier drauf drücke dann wird nur der Affenkopf auf Ebene 2 bewegt es gibt einen Befehl um mehrere Objekte gleichzeitig von einer 3D Ebene auf die andere zu bewegen und dieser Befehl heißt M wie Move to Layer und da ich jetzt im Moment mehrere Objekte ausgewählt habe die einmal auf Ebene 1 sind und im Falle von dem Affenkopf aber auf Ebene 2 sind hier beide Ebenen aktiv so jetzt klicke ich aber nur auf Ebene 2 kann jetzt hier die Maus raus bewegen und wenn ich mal ausschließlich Ebene 2 aktiviere dann sieht man alle Forderungen Objekte sind jetzt auf dieser Ebene und auf der ersten Ebene ist nur mein Hintergrund also so kann man seine Szenen organisieren und das ist natürlich sehr praktisch wenn man viele verschiedene Objekte hat und den Überblick verliert dann kann man mithilfe dieser 3D Ebenen die Szene organisieren man kann auch später beim Rendern zum Beispiel nur bestimmte Objekte rendern wenn das Rendern schneller gehen soll oder wenn man nur eine bestimmte Eigenschaft in den Objekten untersuchen will ohne durch den Hintergrund gestört zu werden dann kann man auch hier nur eine Ebene aktivieren und dann wird eben auch nur diese eine Ebene gerendert also das ist dieses Relations Panel bzw. die Ebenen es gibt ja noch eine zweite Einstellung die man hier vornehmen kann nämlich das Verhältnis von den Objekten untereinander und zwar sieht man hier das Parent Object Parent heißt so viel wie Elternteil das heißt ich kann hier also Hierarchien erzeugen so bevor ich weitermache will ich erstmal diese Tischplatte wieder gerade rücken deswegen setze ich hier die Rotation auf 0 also bringe die Maus hier drüber drücke STRG C um diesen Wert 0 zu kopieren bringe dann die Maus über dieses Feld Drücke STRG V STRG V fertig jetzt geht es darum eine Hierarchie herzustellen zwischen diesen Objekten und besonders im Falle vom Tisch wäre es natürlich sehr praktisch wenn wenn ich den Tisch bewegen will auch das Tischbein folgt oder umgekehrt wenn ich das Tischbein anfasse und ich dieses Tischbein verschiebe dann wäre es natürlich sehr praktisch wenn die Tischplatte gleich mit folgen würde daher kann ich hier eine Hierarchie angeben indem ich ein Elternobjekt auswähle vielleicht sollten wir erst mal Namen vergeben so also hier dieses Objekt heißt Zylinder und das möchte ich jetzt umbenennen in Tischbein und das tue ich hier oben nenne das jetzt Tischbein wähle dann die Tischplatte aus das ist meine Tischplatte und Monkey ist Monkey das will ich nicht umbenennen so wir haben jetzt hier Tischplatte Tischplatte und Tischbein und um jetzt die Tischplatte an das Tischbein zu ketten gewissermaßen wähle ich jetzt erst die Tischplatte aus wähle anschließend mit der Umschalttaste und der rechten Maustaste das Tischbein aus und führe jetzt den Befehl aus der diese Eltern-Kind-Beziehung aktiviert und da ich den nicht kenne suche ich ihn mit dem Suchenmenü also parent aha make parent Steuerung p jawohl set parent to object und wenn ich jetzt ausschließlich das Tischbein auswähle und bewege dann sieht man wie jetzt die Tischplatte folgt und wenn ich mir die Eigenschaften von der Tischplatte anschaue dann sieht man hier jetzt dass als Elternobjekt das Tischbein ausgewählt ist und genauso kann ich jetzt auch sagen immer wenn die Tischplatte sich bewegt soll der Affenkopf folgen denn der liegt ja darauf deswegen wähle ich jetzt erst den Kopf aus dann umschalt rechte Maustaste auf die Tischplatte sage jetzt Steuerung p set parent to object und wenn ich jetzt das Tischbein bewege dann folgt sowohl die Tischplatte als auch der Affenkopf so und der Grund warum ich das jetzt mit diesem Shortcut Steuerung p gemacht habe statt hier das Objekt auszuwählen ist eine Eigenart von Blender die ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum das so ist ich erzeuge jetzt mal ein neues Objekt also cube bewege diesen Würfel nach oben mache ihn etwas kleiner so und dieser cube soll jetzt ebenfalls ein Kind Objekt werden von dem Tischbein und jetzt schauen wir mal was passiert wenn ich hier bei parent reinklicke und Tischbein auswähle dann sehen sie wie sich jetzt auf einmal dieser Würfel auch bewegt warum ist mir schleierhaft ich weiß es nicht es ist scheinbar ein anderes Verhalten als Aufsichtlich ist so dass wenn man hier dieses parent Objekt auswählt dann wird die Location von diesem Eltern Objekt an das Kind Objekt hinzugefügt und wenn ich das mit dem Shortcut mache dann passiert das nicht dieser Würfel kann jetzt mal wieder weg x delete und damit haben wir jetzt diese Eltern Kind Beziehung hergestellt auf die anderen Eigenschaften möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen also Groups Duplication Relation Extras das sind alles Dinge die interessieren uns erstmal nicht das was vielleicht noch ganz interessant ist ist hier Display hier können sie für ihre Objekte noch extra Eigenschaften anzeigen lassen etwa wenn sie die Struktur von den Objekten besser sehen wollen dann können sie hier wenn sie bei Display noch Wire anschalten also das Draht Gitter Gerüst anzeigen dann kann man hier besser sehen wie das Objekt aufgebaut ist auch die Namen und die Achsen kann man sich noch extra anzeigen lassen also hier ist noch eine kleine Hilfe um sich bei seinen Objekten besser orientieren zu können ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Eltern Kind Beziehung denn man kann sich noch etwas besser visualisieren wenn man sich den Outliner nochmal anschaut deswegen mache ich den jetzt mal etwas größer und wir sehen jetzt also wir haben hier alle Objekte unserer Szene also Kamera Cube 001 und 002 ich vermute das sind die Wände also wenn ich nochmal Ebene 1 anschalte dann haben wir hier Jawohl Cube 002 und Cube 001 dann die Plane das ist unsere Grundfläche also hier die Bodenplatte und dann haben wir hier das Tischbein aber wo sind Tischplatte und Monkey nun die sind durch das Parenting ein Teil von diesem Tischbein geworden und sie sehen hier im Outliner dieses kleine Plus Zeichen und wenn ich hier einmal drauf klicke dann sehen sie dass in dem Tischbein zwei Dinge sind und zwar einmal der Zylinder also die Form aus dem sich Tischbein aufbaut und die Tischplatte und auch die Tischplatte hat ein kleines Plus Zeichen und wenn ich hier drauf klicke dann sehen sie dass innerhalb von dieser Tischplatte der Monkey ist und der Cube also der Cube aus dem sich diese Tischplatte aufbaut und selbst der Monkey hat auch noch mal ein Plus Zeichen und in diesem Monkey ist noch mal ein Monkey und was es damit auf sich hat das sehen wir also diese Hierarchien von Objekten wunderbar anzeigen sehen also dass der Monkey ein Kind Objekt ist von der Tischplatte und die Tischplatte wiederum ist ein Kind Objekt vom Tischbein so dass ich also nur dieses Tischbein bewegen muss um Tischplatte und Monkey mit zu bewegen so und da wir gerade beim Outliner sind noch zwei Sachen also ich hatte eingangs schon erwähnt Sie können den Outliner dazu verwenden um bestimmte Objekte anzeigen zu lassen oder zu verstecken so dass ich wenn ich jetzt diesen Monkey nicht mehr sehen will dann kann ich auf dieses kleine Auge draufklicken natürlich von dem Monkey Entschuldigung also bei dem Monkey kann ich jetzt hier auf dieses Auge draufklicken um diesen Affenkopf zu verstecken und wenn ich nochmal draufklicke dann sieht man ihn wieder und dieses Anzeigen und Verstecken dafür gibt es auch einen Shortcut in Blender nämlich Verstecken heißt auf Englisch Height und deswegen kann ich um ein Objekt zu verstecken auch im Viewport H wie Height drücken und das hat den gleichen Effekt wie dieses Auge und tatsächlich dieses Auge ist jetzt hier auch deaktiviert und genauso wie man die Transformation von G R und S auf 0 zurücksetzen kann indem man den Shortcut mit der Alt Taste kombiniert kann man auch hier das Objekt wieder hervorholen indem ich Alt H drücke und diesen Befehl den finden sie auch in dem Objekt Menü und zwar hier oben bei Show Height also Show Hidden Alt H Height Selected H und dann gibt es noch eine dritte Variante Height Unselected Shift H Das ist auch ganz praktisch wenn Sie sich mal nur auf ein Objekt konzentrieren möchten dann können Sie wenn Sie jetzt Shift H drücken alles andere verstecken also Sie sehen hier jetzt überall ist dieses Auge jetzt ausgegraut das einzige Objekt wo man es sieht ist der Monkey und um jetzt alles wieder anzuzeigen drücke ich wo wir schon mal dabei sind genauso kann man das Parenting auch aufheben und zwar nicht nur indem ich hier diesen Begriff Tischplatte wieder lösche und damit das Parenting aufhebe das kann man auch tun indem ich diesen Befehl Parenting Steuerung P umkehre mit Alt P also Steuerung P Make Parent Alt P Clear Parent und hier gibt es jetzt nochmal zwei Varianten einfach nur Clear Parent oder Clear Parent and Keep Transformation sowas hat es damit auf sich wenn ich jetzt die Tischplatte nehme und bewege die Tischplatte nach oben so dann bewegt sich dieser Affenkopf ja mit ihr und wenn ich den Affenkopf jetzt wieder auswähle und drücke Alt P und sage jetzt Clear Parent dann springt der Affenkopf wieder zurück auf seine ursprüngliche Position denn ich hatte ja nicht den Affen bewegt sondern die Tischplatte deswegen war die Eigenschaft der Transformation auch eine Eigenschaft der Tischplatte nicht das Affenkopf deswegen sitzt der jetzt wieder da wo er ursprünglich herkommt ich drücke jetzt nochmal STRGZ wenn ich aber Alt P drücke und sage Clear Parent and Keep Transformation dann wird die Verparentung aufgehoben aber trotzdem bleibt der Affenkopf hier oben sitzen hat also jetzt als Eigenschaft diese neue Position übernommen also Z ist jetzt 3,338 und auch hier im Outliner können Sie sehen dass dieser Affenkopf der Monkey jetzt wieder außerhalb von dieser Hierarchie von Tischbein und Tischplatte ist so STRGZ und STRGZ und STRGZ um das Ganze zurückzusetzen jetzt noch eine Sache Sie können wenn Sie viele Objekte haben dann kann es manchmal ganz praktisch sein wenn Sie ein Objekt von der Auswahl ausschließen also wenn zum Beispiel die Tischplatte wenn ich hier diesen Pfeil ausschalte dann kann ich jetzt zwar den Affen auswählen und die Tischplatte ne dann kann ich jetzt zwar den Affen auswählen und das Tischbein und die Wände aber nicht die Tischplatte das kann sehr praktisch sein um hier nicht das falsche auszuwählen und dann das letzte ist hier die Render Fähigkeit also wenn ich für den Monkey hier diese Kamera ausschalte und ich nochmal hier zu diesem Kamerasymbol gehe zu den Render Buttons und hier auf Render Image klicke dann wird alles gerendert nur nicht dieser Affenkopf dann können sie den Outliner noch verwenden wenn sie sehr viele Objekte haben dann können sie den auch zum suchen verwenden also wenn ich jetzt eintippe Monkey dann wird hier alles markiert und nur noch angezeigt was Monkey ist beziehungsweise auch die darüber liegende Hierarchie dann kann man noch umschalten auf andere Arten der Anzeige also zum Beispiel statt All Scenes also alles was in meiner Szene drin ist und alle Szenen kann ich auch sagen soll alles angezeigt werden was der gleiche Typ ist den Suchfilter muss ich dabei natürlich ausschalten also jetzt wird nur noch das angezeigt was Mesh Objekt ist und wenn ich die Kamera auswähle dann sehe ich nur die Kamera denn wir haben ja nur eine Kamera in der Szene und ich haben wäre es nun eine Zeit diese Szene auch zu speichern und das können sie tun indem sie zu File gehen und dann sagen Save oder Save S wenn sie unter einem neuen Dateinamen speichern wollen und da ich schon mal ein paar kleine Szenen gespeichert hatte mache ich das jetzt und will die auf dem Desktop speichern deswegen gehe der gerade aktiv ist und kann jetzt sagen erste Szene Punkt Blend also Punkt Blend ist immer die Endung von einer Blender Datei um das zu speichern drücke ich entweder Enter oder hier auf diesen Button Save as Blender File und habe das jetzt gespeichert so ein kleiner Trick noch häufig arbeitet man in Blender mit Versionen also das ist meine erste Version von dieser Datei und um jetzt Save As und kann jetzt eine neue Nummer vergeben der Name war ja hier erste Szene 1 und statt jetzt hier manuell reinzuklicken um eine neue Nummer zu vergeben kann ich auch einfach dieses kleine Plus Zeichen drücken und damit erhöht Blender automatisch diesen Zähler um einen auf zwei und kann dazu auch den Ziffernblock verwenden und da entweder das Plus oder Minus Zeichen drücken also automatisch wird diese Zeile hier rot und das liegt daran Blender erkennt dass hier schon eine Datei namens erste Szene 1 vorhanden ist das heißt solange das rot ist würde ich wenn ich jetzt speichere über diese Datei drüber speichern und um mir anzuzeigen dass das passieren könnte wird diese Zeile eben rot und ich kann jetzt mit der Plus Taste den Zähler erhöhen und würde wenn ich hier drauf drücke jetzt eine neue Version speichern es gibt noch einen anderen Shortcut nämlich F2 der funktioniert auch der rührt noch hier aus den alten Blender Versionen da war der Shortcut F2 und hier kann ich wieder sagen also neue Version mit dem Pluszeichen erste Szene 3 Punkt blend jetzt noch kurz eine Option die man hier aktivieren kann nämlich wenn man eine sehr große Datei hat die sehr viel Speicherplatz wegnimmt dann kann man diese Datei auch komprimieren wenn hier das Häkchen setze bei compress dann dauert das Speichern zwar etwas länger aber die Blender Datei wird dann auch sehr viel kleiner werden und jetzt schaue ich mal wie groß die Datei geworden ist und zwar indem ich den Datei öffnen Dialog wähle also File Open Steuerung O oder der alte Shortcut F1 so und hier sieht man jetzt die Datei ist 91 KB statt 501 ist also deutlich kleiner wiederum habe ich ein paar Optionen was ich jetzt machen kann also Load UI Load Interface wenn ich und gehe jetzt zu File Open und wähle diese Szene und entferne dieses Häkchen dann wird Blender so geöffnet wie die Standard Szene aussieht das heißt das Interface ist hier genauso wie in der Standard Szene und um jetzt durch die Kamera zu gucken müsste ich erst wieder 0 drücken so ich gehe noch mal zu F2 beziehungsweise zu STRG ALT S und möchte Ihnen noch zeigen wenn ich einen neuen Ordner erstellen will dann kann ich das in diesem Dateidialog tun indem ich auf Create New Directory gehe oder den Shortcut verwende I für Insert Directory also ich drücke I fragt er mich jawohl New Directory und kann jetzt einen Ordnernamen vergeben ich nenne jetzt mal Test bestätige das mit Enter wähle jetzt diesen Ordner aus das bringt mich jetzt in diesen Ordner rein und sehen auch hier oben der Dateipfad ist jetzt Desktop Schrägstrich Test und kann jetzt hier sagen erste Szene 3 beziehungsweise den Zähler entferne ich jetzt mal also nur erste Szene Save as Blender File und damit ist die Datei jetzt gespeichert so was sie hier jetzt beobachten können ist dass dieser Dateipfad hier oben nicht der ist den ich gerade hier vergeben habe das liegt an diesem Shortcut den ich verwendet habe ich habe nämlich Save as Copy verwendet STRG ALT S und dieses Save as Copy das tut genau das es speichert eine Kopie an einem anderen Ort als die Datei die sie gerade offen haben also der andere Shortcut den man auch verwenden kann ist für Save as Shift Ctrl S also Umschalt Steuerung S oder eben das ist mit ich dran gewöhnt F2 wenn ich noch kurz was zur Navigation wenn sie hier einen Ordner nach oben gehen wollen dann können sie die Pfeiltaste hier verwenden oder den Shortcut P wie Parent Directory bringt sie auch einen Ordner nach oben oder auch die Pfeiltasten hier zurück oder vorwärts also ein ganz normaler Dateibrowser wenn sie eine Datei neu gespeichert haben oder von außen eine neue Datei in diesen Ordner gelegt haben dann können sie den Inhalt von diesem Ordner aktualisieren mit diesem Pfeil oder diesem Kreispfeil dann gibt es hier Optionen Details einblenden oder ausblenden oder auch eine Miniatur Ansicht das Schöne dabei ist die Miniatur Ansicht zeigt ihnen hier auch eine kleine Vorschau und damit haben wir also nun die grundlegenden Optionen von Blender und wie sie mit Objekten interagieren geklärt und können im nächsten Kapitel darauf eingehen wie sie die Struktur von Objekten bearbeiten und was es mit dem zweiten Monkey auf sich hat den sie hier im Monkey finden